14 Kandidatinnen und Kandidaten kämpfen in der 15. Staffel der Tanzshow Let's Dance Die am 18. Februar 2022 bei RTL startet Um den Titel Dancing Star 2022 Welcher Promi überzeugt Jury und Zuschauende mit seiner Performance? Let's Dance 2022 Wer tanzt mit wem? Die Tanzpaare werden beim Auftakt von Let's Dance am Freitag, 18. Februar um 20.15 Uhr bei RTL bekannt gegeben. Let's Dance – Kandidaten und Kandidatinnen 2022 Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Kandidatinnen der 15. Staffel von Let's Dance einzeln vor Sänger Mike Singer Bühnen- und TV-Erfahrung hat Mike Singer Déjà-vu Mit seinen 22 Jahren schon reichlich Er nahm als Wuschel Verkleidet an der ProSieben-Musikshow The Masked Singer Teil und saß neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury Jetzt wagt sich der Popstar aufs Tanzparkett Ich liebe Herausforderungen und mit Let's Dance habe ich auf jeden Fall eine ganz besondere Tanzen ist für mich Neuland Gibt er zu Moderator Riccardo Basile Für Sky-Moderator Riccardo Basile 30 Wird mit seiner Teilnahme an der Tanzshow ein kleiner Traum wahr Denn er ist schon seit Jahren ein riesiger Fan, wie RTL berichtet Ich bin nicht der größte Tänzer Aber ich kann ganz schlecht verlieren und werde dem Erfolg alles unterordnen Sagt er demnach Comedian Bastian Bielendorfer Bastian Bielendorfer, 37, bezeichnet sich selbst als Körperklaus Let's Dance sei deshalb die ultimative Herausforderung Joachim Jambi kennt der Comedian übrigens schon Vor ihm hat Bielendorfer laut RTL schon mal nackt getanzt Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach Für Let's Dance tauscht Nachwuchspolitikerin und Autorin Caroline Bosbach 32 den Konferenzsaal gegen die Tanzbühne Sie ist die älteste Tochter von CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, 69, und hat bisher laut RTL nur, für den Hausgebrauch getanzt Schauspieler Hadi Krüger Jr. Schauspieler und Autor Hadi Krüger Jr. 53, geht laut eigenen Angaben nicht unbedingt als Favorit ins, Let's Dance, Rennen Sogar seine Frau hält ihn für keinen guten Tänzer, wie er RTL erzählt Doch das sporne ihn nur extra an bei der Herausforderung meines Lebens Schauspieler und Lauter